Damit aus einzelnen Zellen Gewebe und Ergane gebildet werden können, ist der Kontakt zwischen Zellen oder zwischen Zellen und der extrazellulären Matrix notwendig. Diese Bindung von Zellen nennt man Zelladhesionen. Den Raum, der sich zwischen den einzelnen Zellen ergibt, nennt man Zellzwischenraum oder synonym Extrazellularraum bzw. Interzellularraum. Extra kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie außen, außerhalb, und inter bedeutet zwischen. Die Substanz, die diesen Extrazellularraum füllt, nennt man extrazelluläre Matrix oder Interzellularsubstanz. Achtung, nicht die Begriffe Interzellularraum und Intermembranraum durcheinander bringen. Intermembranraum ist der Raum zwischen einer Doppelmembran. Die Verbindung einer Zelle mit der extrazellulären Matrix nennt man Zellmatrixverbindung. Die Verbindung zwischen zwei benachbarten Zellen nennt man Zell-Zellverbindung. Nach ihrer Funktion lassen sich in tierischen Zellen drei verschiedene Zell-Zellkontakte unterscheiden. Die undurchlässigen Verschlusskontakte, die Haftkontakte sowie offene, kommunizierende Kontakte. Bei den Zellmatrix-Kontakten in tierischen Zellen gibt es lediglich Haftkontakte. Bevor wir uns nun die Verbindungen genauer anschauen, noch kurz ein paar Kleinigkeiten zum besseren Verständnis. Zellen können aufgrund solcher Zellkontakte Gewebe bilden. Ein Gewebetyp ist dabei das Epithelgewebe. Epithelzellen bedecken Körperoberflächen und kleiden Körperhöhlen wie etwa den Magen oder den Darm aus. Die nach außen bzw. in Richtung des Hohlraums gewandte Seite bezeichnet man als apikale Seite. Sie steht im Kontakt mit der Luft- oder Körperflüssigkeiten. Die nach innen gewandte Seite eines Epithels nennt man basale Seite. Sie ist mit der Basallamina verankert. Die Basallamina ist ein Teil der Basalmembran. Es handelt sich hierbei um eine bestimmte Form der extrazellulären Matrix, die die Epithelzellen mit dem darunterliegenden Bindegewebe verankert. Die Seite, die zu den benachbarten Zellen zeigt, ist die laterale Seite. Der am weitesten apikal gelegene Zellkontakt ist der Verschlusskontakt. Bei den Verschlusskontakten sind die benachbarten Zellen an diesen Stellen so dicht nebeneinander, dass praktisch kein Interzellularraum mehr vorhanden ist. Dadurch können keine Stoffe mehr seitlich an den Zellen vorbeidiffundieren, also hindurchgehen. Es ist also kein parazellulärer Transport möglich, sondern nur ein transzellulärer Transport, also ein Transport, der durch die Zellen hindurchgeht. Die Tide Junctions sind solche Verbindungen. Ihre lateinische Bezeichnung ist Sunula occludens. Sunula bedeutet übersetzt so viel wie Gürtelchen und occludere bedeutet verschließen. Die Tide Junctions sind aus Transmembranproteinen aufgebaut, die zusammen ein Netzwerk bilden. Bei diesen Membranproteinen handelt es sich unter anderem um die Claudine und die Ocludine. Ein Gewebe, bei dem die benachbarten Zellen mit solchen Verschlusskontakten miteinander verbunden sind, ist also undurchlässig und stellt eine Permäationsschranke bzw. eine Diffusionsbarriere dar. Sie verhindern also den parazellulären Transport. Ein kurzer begrifflicher Einschub. Bei dem Transport durch die Zellen handelt es sich um den transzellulären Transport. Bei dem Transport von Zelle zu Zelle spricht man vom interzellulären Transport und beim Transport seitlich zwischen den Zellen hindurch vom parazellulären Transport. Je nachdem, um welches Gewebe es sich handelt, ist die Undurchlässigkeit dabei mehr oder weniger stark ausgeprägt. Beim Harnblasenepithel handelt es sich beispielsweise um ein dichtes Epithel. Der Harn kann nicht in den Zellen vorbei diffundieren. Das Dünndarmepithel ist weniger dicht. Hier können bestimmte Stoffe parazellulär aufgenommen werden. Man kann sagen, je mehr Tide Junctions vorhanden sind, desto undurchlässiger ist in der Regel das Epithel. Eine weitere Funktion der Tide Junctions ist die Aufrechterhaltung der Zellpolarität. Unter der Zellpolarität versteht man die vorhin schon angesprochene spezifische Ausrichtung der Zellstruktur. Man unterscheidet den Apikalen und den Basalenpol. Die Tide Junctions stellen praktisch eine Art Zaun dar, die eine laterale, also eine seitliche Diffusion der Membranproteine über diese Grenze hinweg verhindert. Das heißt, nach dem Flüssigmosaikmodell können sich die Membranbestandteile seitlich, also lateral, bewegen. Das ist aber nicht über die Grenze der Tide Junctions hinweg möglich. Dadurch können unterschiedliche Zusammensetzungen der Apikalen und der Basalen Zellseite bestehen bleiben und auch unterschiedliche Funktionen ausführen. Man findet diese Tide Junctions in Epithelgeweben, in denen kein unkontrollierter Stoffaustausch stattfinden soll. Sie sind zum Beispiel im Darm und im Magen sowie in der Blase und in den Nieren zu finden. Sie sind auch an der Bluthirnschranke in den Blutgefäßen im Gehirn beteiligt. Analog zu den Tide Junctions in den tierischen Zellen dient in den pflanzlichen Zellen der Kaspari-Streifen als Diffusionsbarriere. In tierischen Zellen gibt es neben den Verschlusskontakten, die benachbarte Zellen eng miteinander verbinden, auch noch Haftkontakte. Man nennt sie auch Adhäsionsverbindungen. Sie sind für die mechanische Fixierung von Zellen wichtig. Dabei können die Haftkontakte als Zell-Zellverbindung benachbarte Zellen miteinander verbinden. Sie können aber auch als Zell-Matrix-Verbindungen die Zellen in der extrazellulären Matrix verankern. Der Aufbau dieser unterschiedlichen Haftkontakte ist immer gleich. Transmembranproteine sind in der Zellmembran verankert und stellen den Kontakt einer Zelle mit der anderen Zelle bzw. mit der extrazellulären Matrix her. Bei den Zell-Zellverbindungen handelt es sich bei den Transmembranproteinen um Katerine, bei den Zellmatrix-Verbindungen um Integrine. Die Transmembranproteine sind über verschiedene Proteine an Filamente des Zytoskeletts gebunden. Bei diesen Proteinen handelt es sich um sogenannte Plagg-Proteine, die einen Belag an der Innenseite der Zellmembran bilden. Diesen Belag nennt man Plagg. Bei den Zell-Zellverbindungen lassen sich die Adhärenzverbindungen und die Desmosomen unterscheiden. Beide Haftkontakte sind für den mechanischen Zusammenhalt der Zellen wichtig. Im Bereich der Haftkontakte sind die Zellmembranen der benachbarten Zellen nicht versiegelt, sondern es ist ein Zellzwischenraum zwischen den einzelnen Zellen vorhanden. Eine andere Bezeichnung für Adhärenzkontakte ist Adhärenzjunctions. Dazu gehören Zonula-Adhärenz, Gürteldesmosom oder Adhitionsgürtel, Faszia-Adhärenz, Streifendesmosom und Punktum-Adhärenz, Punktdesmosom. Zwischen Epithelzellen sind sie meist als Zonula-Adhärenz zu finden und befinden sich als solche unterhalb der Tide-Junctions. Bei den Transmembranproteinen der Adhärenzverbindungen handelt es sich um Katerine. Sie sind in der Zellmembran verankert und wechselwirken mit den Katerinen der benachbarten Zelle. Dabei ist wichtig, dass Calcium-Ionen in der extrazellulären Matrix vorhanden sind. Daher kommt auch ihr Name, Calcium-Adhering. Wie wir bereits gelernt haben, sind Katerine, also die Transmembranproteine, über Plax im Inneren der Zelle am Zytoskelett gebunden. Bei den Adhärenzverbindungen handelt es sich bei den Filamenten um Aktinfilamente. Bei den Desmosomen handelt es sich um fleckförmige Zellverbindungen. Die lateinische Bezeichnung ist Macula-Adhärenz. Macula bedeutet so viel wie Fleck. Auch hier handelt es sich bei den Transmembranproteinen um Katerine. Auch sie sind über Plax an Zytoskelettfilamente gebunden. Allerdings sind sie bei den Desmosomen an Intermediärfilamente gebunden und nicht wie die Adhärenzverbindungen an Aktinfilamente. Wichtig ist, dass man die Desmosomen nicht mit den Adhärenzverbindungen verwechselt. Darunter die Gürteldesmosomen, die Streifendesmosomen und die Punktdesmosomen. In den meisten einschichtigen und manchen mehrschichtigen Epithelien sind mehrere verschiedene Zellkontakte untereinander angeordnet. Zusammen bilden sie den Schlussleistenkomplex, der auch Jungzunalerkomplex oder Haftkomplex genannt wird. Die Zellkontakte, die so ein Komplex bilden, sind von Apikal nach Basal, Sunula-Occludens, also die Tide-Junctions, Sunula-Adhärenz, also die Gürteldesmosomen, und Makula-Adhärenz, die Desmosomen. Bei den Zellmatrixverbindungen gibt es die Hemidesmosomen und die Fokalenkontakte. Sie verbinden Epithelzellen mit der darunterliegenden extrazellulären Matrix bzw. mit der Basalamina. Die Hemidesmosomen sind ähnlich aufgebaut wie die Desmosomen. Die Vorsilbe Hemi kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie halb. Oberflächlich betrachtet sehen sie aus wie ein halbes Desmosom. Bei den Transmembranproteinen, die die Zelle verankern, handelt es sich aber nicht, wie bei den Desmosomen, um Katerine, sondern um Integrine. Dann gibt es noch die Fokalenkontakte, die ebenfalls über Integrine vermittelt sind. Sie sind im Inneren der Zelle mit dem Aktinfilament verbunden. Kommunizierende Kontakte ermöglichen den direkten Stoffaustausch zwischen Zellen. Die Gap-Junctions sind eine solche Zell-Zellverbindung. Sie werden auch als Nexus bezeichnet und kommen in fast allen Epithelien und in vielen anderen tierischen Gewebearten vor. Mithilfe von Poren stellen sie eine Verbindung zwischen dem Zytoplasma benachbarter Zellen her. Die Poren sind aus Transmembranproteinen, genauer aus sogenannten Konnexien, aufgebaut. Jeweils sechs Konnexine bilden ein Konnexon. Diese Konnexone befinden sich in der Zellmembran. Die Konnexone benachbarter Zellen liegen direkt gegenüber, sodass sie zusammen einen Kanal bilden, der den Intermembranraum zwischen diesen Zellen überbrückt. Eine Gap-Junction kann sich dabei aus wenigen Dutzend bis vielen Hunderten Konnexionen zusammensetzen. Durch diese Kanäle können Ionen und Moleküle bis zu einer Molekularmasse von 1000 Dolten passieren. Dadurch kommt es zu einer elektrischen und metabolischen Kopplung zwischen den jeweiligen Zellen. Unter einer elektrischen Kopplung versteht man die Weitergabe elektrischer Impulse. In Herzmuskelzellen ist diese Kopplung beispielsweise der Grund für ein koordiniertes Zusammenziehen der Zelle. Das Herz schlägt. Die metabolische Kopplung umfasst den Nährstoffaustausch zwischen Zellen. Eine weitere wichtige Rolle spielen die Gap-Junctions auch bei der Embryonalentwicklung. Auch die Zytoplasmen pflanzlicher Zellen können über Kanäle kommunizieren. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um Kanalproteine wie den Gap-Junctions, sondern um Plasmodesmen. Der Begriff Plasmodesmen setzt sich aus dem griechischen Plasmo, was so viel wie Gebilde bedeutet, und im lateinischen Desmus, was so viel wie Band bedeutet, zusammen. Es handelt sich hierbei um dünne Plasmastränge, also um eine direkte zytoplasmatische Zell-Zellverbindung. Sie sind von einer Zellmembran umgeben, durchziehen die Zellwände und sind gelegentlich von Desmotuli, das sind Strukturen des Zeres, durchzogen. Noch mal ein kurzer Überblick. Nach ihrer Funktion lassen sich in tierischen Zellen drei verschiedene Zell-Zellkontakte unterscheiden. Die undurchlässigen Verschlusskontakte, Haftkontakte sowie offene, kommunizierende Kontakte. Bei den Zellmatrix-Kontakten in tierischen Zellen gibt es lediglich Haftkontakte. Die am weitesten apikal gelegenen Zellkontakte sind die Tide-Junctions. Sie bestehen aus dem Protein Claudin und Oclodin. Sie bilden eine Diffusionsbarriere und verhindern so den parazellulären Transport von Stoffen. Die Haftkontakte sind für die mechanische Fixierung von Zellen wichtig. Die Haftkontakte verbinden als Zell-Zellverbindungen benachbarte Zellen miteinander. Darunter fallen die Adherenzverbindungen sowie die Desmosomen. Bei beiden handelt es sich bei den Transmembranproteinen um Katerine. Bei den Adherenzverbindungen sind diese über Plax im Inneren der Zelle an Aktinfilamente gebunden, bei den Desmosomen an Intermediärfilamente. Als Zell-Matrix-Verbindungen verankern die Haftkontakte die Zellen in der extrazellulären Matrix. Die Hemidesmosomen und die Fokalenkontakte sind solche Zell-Matrix-Verbindungen. Bei ihren Transmembranproteinen handelt es sich um Integrine. Bei den Hemidesmosomen sind sie über Plax im Inneren der Zelle an Intermediärfilamente gebunden. Die Fokalenkontakte sind mit dem Aktinfilament verbunden. Kommunizierende Kontakte ermöglichen den direkten Stoffaustausch zwischen Zellen. Die Gap-Junctions sind solche kommunizierenden Zell-Zell-Verbindungen. In der Zellmembran liegende Konnexone bilden hier Kanäle, die den Intermembranraum zwischen Zellen überbrücken. Ein Konnexon besteht aus sechs Konnexien. Bei pflanzlichen Zellen sind die Zytoplasmen über Plasmodesmen miteinander verbunden und analog zu den Teil-Junctions dient hier der Kaspari-Streifen als Diffusionsbarriere. Zonula-Occludens, Zonula-Adherenz und Makula-Adherenz bilden zusammen einen sogenannten Schlussleistenkomplex. Wenn euch das Video geholfen hat, freue ich mich, wenn ihr mich mit einem Like und einem Abo unterstützt.